Die Fibrillantische Folge ist nicht nur eine Folge, die sehr einfach zu berechnen ist, indem man die zwei vorhergehenden Zahlen addiert und daraus die nächste generiert und so endlos dahin rechnen kann und ihr im Mathematikunterricht etwas zu rechnen habt. Nein, die Fibonacci-Folge oder die Zahlen, die darin vorhanden sind, kommen auch in der Natur sehr häufig vor. So ist zum Beispiel das Längeverhältnis zu mancher menschlicher Knochen in den Fingern etc. an der Fibonacci-Folge sehr ähnlich. Oder man kann hier so eine Kurve reinzeichnen, so eine Schneckenform. Schneckenhäuser sind ebenfalls so in dieser typischen Fibonacci-Kurve. Wenn sich ein Fahnen öffnet, auch hier finden sich die Fibonacci-Zahlen wieder, aber auch in vielen anderen Bereichen. Im Endeffekt, wenn man die Zahlen ins Verhältnis setzt, kommt auch der sogenannte goldene Schnitt raus. Die Zahl 1,6 usw. wird von Designern sehr gerne für Verhältnisse verwendet. Dieses Verhältnis ist für das menschliche Auge, da es in der Natur so häufig vorkommt, etwas sehr Angenehmes und Ästhetisches. Daher findet es in der Gestaltung von Logos, Webseiten etc. sehr gerne eine Anwendung. Aber heute geht es um die Implementierung und um die Fibonacci-Folge zu implementieren, und zwar rekursiv und iterativ. Zur Rekursion gibt es ja bereits ein Video. Jetzt das Praxisbeispiel in JavaScript. Fibonacci implementiert rekursiv und iterativ. Und wo sind die Unterschiede? Wir machen jetzt den Fibonacci einmal rekursiv und einmal iterativ, um einfach auch die Unterschiede und vor allem aber auch Geschwindigkeitsunterschiede kurz zu sehen. Also machen wir eine, oder kurz vorher definiert ist der Fibonacci ja wie folgt. Definition der Fibonacci von 1 ist gleich 1, der Fibonacci von 2 ist ebenfalls 1 und der Fibonacci von irgendeiner beliebigen Zahl ist gleich der Fibonacci von der vorvorhergehenden Zahl, bloß der Fibonacci der vorhergehenden Zahl. Das ist die mathematische und gleichzeitig rekursive Definition des Fibonacci, rekursiv deswegen, weil ja während der Definition die Funktion selbst wiederkommt. Und so ähnlich sieht auch die Implementierung aus. Also, das ist der Fibonacci, R für rekursiv, N für, von welcher Zahl hätten wir diesen gerne? Und jetzt können wir eigentlich die Definition abschreiben. Also, wenn N kleiner gleich 2 ist, wird Turn 1. Und ansonsten, wird Turn Fibonacci, R von N minus 2, plus Fibonacci, R von N minus 1. Und das können wir dann auch entsprechend aufrufen, com, sol, log, Fib, R für rekursiv und dann gehen wir, const, sagen wir, den Fibonacci von 5. Wir gehen das Fibonacci-Ergebnis von diesem Wert. Gut, Fibios, also aufgerufen, Node Fibios, und der Fibonacci von 5 ist 5, der Fibonacci von 6 ist 8, und der Fibonacci von 9 wäre in diesem Fall 34. Okay, das ist die rekursive Implementierung. Sie ist sehr kurz und rekursiv, weil sich die Funktion selbst wieder aufruft. Jetzt machen wir das Gleiche auch noch iterativ. In einem anderen Video hat es ja kurz gezeigt, dass man sagen kann, man kann Funktionen sowohl rekursiv als auch iterativ programmieren, wobei rekursiv meistens etwas kürzer ist. So, Function, Fib I für iterativ. So, was ist jetzt, wenn wir den Fibonacci iterativ implementieren wollen? Wir haben hier die zwei fixen Werte, die wir bereits wissen, und dann wissen wir auch hier bei der rekursiven Definition, dass wir eben vorhergehende Werte bereits brauchen. Das heißt, was wir machen müssen, wir müssen uns diese Werte von vorher immer entsprechend berechnen. Das macht ja diese Funktion an sich selbst. Okay, also definieren wir ein kurzes Array mit Fibuals für Fibonacci Values zum Beispiel oder Fibs. Und darin sind die Werte 1 und 1. Ja, das sind sozusagen unsere Abbruchkriterien für Fibonacci von 1 und Fibonacci von 2. So, dann machen wir eine Schleife und wir fangen an bei 3, denn der Fibonacci von 1 und der Fibonacci von 2 ist ja bereits bekannt. Allerdings, da wir hier mit Indizes arbeiten, das ist ja ein Array, müssen wir immer minus 1 rechnen. Also, wir fangen bei 2 an, solange i kleiner 1 ist, i plus plus. Und in diesen Array Fibs wollen wir jetzt, also das wollen wir jetzt auffüllen mit den entsprechenden Werten an der Stelle i ist gleich. Fibs an der Stelle i minus 2 plus Fibs an der Stelle i minus 1. Das ist jetzt sozusagen ähnlich wie bei der rekursiven Implementierung, nur, dass wir hier nicht die Funktion aufrufen, sondern einfach die Werte des Arrays verwenden. Bei der rekursiven Implementierung ist es ja so, jedes Mal, wenn ein rekursiver Abstieg ist, also die Funktion sich selbst aufruft, muss sich ja der Kommuter den aktuellen Wert, die Übergabe-Parameter etc. alles merken, zwischenspeichern, um, wenn er das Ergebnis berechnet hat, wieder entsprechend zurückspringen zu können und dort mit den Werten weiterrechnen zu können. Diesen Stack, den er hier anfüllt und wieder abarbeitet, ist unser Array, das wir in dem Fall selbst verwalten müssen. Und hier wird dieses Array einfach befüllt. Die ersten beiden Werte sind ja bereits vorhanden, 1 und 1. Deswegen kann ich hier auch i minus 2 rechnen, denn i fängt bei 2 an. Das heißt, er startet beim Wert 0 und Wert 1 und alle anderen werden dann ohnehin entsprechend berechnet und reingeschrieben. Das Ergebnis ist nun der letzte berechnete Wert, das heißt, return FIPS an der Stelle n minus 1. Ja, da wir hier mit den Indizes arbeiten, n minus 1. Und jetzt müsst ihr eigentlich, wenn wir hier sagen, console.log iterativ plus FIPSI mit dem entsprechenden Wert hier auch das gleiche Reis kommen. Also 34 und 34. Ja, und wenn ich den Fibonacci von 15 berechne, 610 und 610. Das geht sehr schnell, wie man sieht. Aber was ist, wenn ich hier nicht 15, sondern 50 verwende? Enter. Iterative Implementierung ist sofort fertig, wie man sieht. Oder sehr schnell fertig. Die rekursive Implementierung dauert jetzt doch ziemlich lange. Und während der Computer überlegt, was denn das Ergebnis sein soll und hoffentlich das gleiche Ergebnis ist, möchte ich euch kurz erklären, warum das so ist. Während wir hier, wie gesagt, den Stack selbst verwalten und nicht die ganze Zeit zwischen Funktionsaufruf und Drucksprungadresse hin und her springen müssen und der Computer sozusagen, den Stack hier, alle Zwischenwerte sich auch merken muss, ist noch ein zweiter Unterschied, der sehr gravierend ist. Während wir hier den Fibonacci von 3 zum Beispiel genau einmal berechnen und dann eben in die entsprechende Stelle ins Array reinschreiben, gleiches für Fibonacci von 4, 5, 6 und so weiter, haben wir hier alle Werte immer bereits vorberechnet und fixfertig erledigt. Hier in der Rekursion rufen wir auf Fibonacci von n-2 bzw. Fibonacci von n-1. Wenn man sich kurz überlegt, angenommen hier kommt rein 50, sagt er hier, gib mir den Fibonacci von 48 und addiere den Fibonacci von 47. Er muss hier den Fibonacci von 48 berechnen, der ja wieder aus 46 plus 47, der ja wieder aus und so weiter besteht und anschließend nochmal die gesamte Rekursion durchlaufen wird im Fibonacci von 49. Und dadurch ist diese Rekursion ja nicht nur eine einfache, wo er einmal runter geht und wieder rauf rechnet, sondern wo er zigtausendfach mehr runter und wieder rauf geht durch die Addition hier, hier und hier. Weil er für beide Werte den gesamten Baum erneut rechnen muss. Also den gesamten Baum, wo er sagt, okay, Fibonacci von 50, hier den 48 rechnen, hier den 49 rechnen. Damit er den, wenn er den 48 mal berechnet hat, muss er für den 49er ja wieder den gesamten 48 berechnen und für den 48er muss er ja wieder 7 und 46 berechnen und so weiter und so weiter. Und jetzt endlich ist auch die rekursive Implementierung fertig. Wie gesagt, so wie es hier implementiert ist, ist die rekursive Implementierung von Fibonacci sehr langsam, während die Iterative super schnell von starten geht. Und der Grund ist hier natürlich die doppelte Rekursion, die das Ganze echt schwierig macht für den Commuter. Aber der große Unterschied ist, Rekursion, keine Schleife, dafür kürzer, Iterativ eine Schleife, den Status selber merken im Array und dafür ist es auch schneller. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.